Ich habe das Einnässen geschrieben, also wenn du dir in die Hose machst, weil du natürlich Angst hast, dass die Olle gegenüber dich nicht zu Wort kommen lässt. Das könnte bei Panagiotta im Übrigen wirklich passieren. Also ich kann mich erinnern, als wir uns kennengelernt haben bei Buschi, Buschis Sechserkette. Genau, Buschi Sechserkette, grüße. Eingenässt, aber ich muss ehrlich sagen vor Lachen. Schöne, 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 Schöne.